hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der angst schaut mich an beziehungsweise schau meine party an denn ich habe endlich ein bisschen eingekleidet hier ich denke ich habe jetzt hier mal ein bisschen gute rüstung habe jetzt auch hier ein paar level dazu bekommen ich bin mittlerweile 17 leer 16 geht auch 17 und lola auch 16 so ich würde sagen ja zwei gold ich bin reich ich würde sagen wir machen uns einmal auf den weg oder warten bevor ich mich auf den weg mache werde ich noch mal schnell hier rein also ich habe jetzt wirklich auf screen ein bisschen geld gefarmt und ja level also bimmel genau das ist es was ich brauche um woraus zu kommen dankeschön kaufen ich habe jetzt einfach mal nicht vorgelesen was hat aber mit bimmel das will ich mir so nicht kaufen lässt die leute um uns unverzüglich ausfüllen okkern und türmen teleportiert so wäre denn da kaufen wir haben wir noch vier stück zwölf wollte ich gerade sagen warum auch immer geht natürlich in den beutel wollen wir noch was kaufen gemälen flügel haben noch fünf läuft läuft ja hier haben wir sogar noch ringe die wir nutzen könnten hier steigt sogar noch höher hier noch höher hier ist eine flinkheit könnten noch schleimohrringe holen ich glaube das mache ich auch einfach mal glatt ich habe ja noch ein bisschen geld 3000 habe ich ja noch ja wollen wir gleich ausrüsten denn wenn lea auch noch mal die kriegt nämlich noch mal vier dadurch also vier abwehr und nicht wundern wenn ich kommen ab und zu mal komisch rede weil ich habe jetzt gerade noch ein bonbon im mund den ich hier nebenbei noch lutsche lutsche und weil mein halb ist ein bisschen weh deswegen habe ich keinen akkalyptus bonbon genommen aber ich habe ja gestern auf twitter und so noch geschrieben heute kommt auf jeden fall noch ein erfolg raus deswegen ja nämlich dass der sache mal auf und ich habe das auch endlich hingekriegt dass ich auch drücken christ nicht mehr über den emulator spiele sondern über meinen ds ich nehme jetzt also über meinen ds und capture card auf und hoffe die ganzen grafik wachsen so sind jetzt verschwunden weil ich habe irgendwie das gefühl gehabt dass die nur auf dings aufgetaucht sind auf dem emulator oder wegen dem emulator die greifen mich immer noch die greifen mich immer noch an und sie immer noch agro da sieht man wie viele level ich eigentlich hier brauchte und ich habe kaum noch mana vielleicht hätte ich noch mal ins in gehen sollen gerade weil jetzt auch dunkel ist aber das mache ich jetzt auch normal ich gehe gleich nach meinen dings ich habe jetzt ja auch ein paar neue zauber sollte reichen so dann machen wir das mal so und so ja so normale physische schaden zieht nicht mehr viel ab bei den ganzen zonadodingern sehe ich nicht wunderschön aus weil eben ich mit meiner badehose oder was das da ist geht hat auch so links bis gerade echt kids kids angriff ausgeglichen also physischen schaden von denen zieht nicht viel aber wir machen ja diese winzige und die ziehen bis viel ab so viel dazu oder es läuft auch gleich viel flüssiger habe ich jetzt das gefühl also ich weiß ja nicht wie ihr das jetzt empfindet ja shit aber ich habe irgendwie das gefühl dass es jetzt besser läuft durch wie jetzt einfach mal schnell weil ich einfach nur schnell ins innen will und dann noch in die höhle damit wir heute auch noch was schaffen hier also dieser folge so gemisch ist es in 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 die blüten als ich habe wirklich um so lange gemacht bis ich hier den laden leer kaufen konnte und ich habe es wirklich alles geholt was Prozent alles hoch haut also ich habe den eisenhelm ich habe Stiefel ich habe Hose und Rüstung Waffen konnte ich jetzt natürlich nicht mehr um kaufen weil der hatte nix was jetzt meine Rüstung Quatsch die Waffe Waffenstärke hochgehauen hätte aber ja vielleicht kriege ich ja irgendwo anders noch mal gute Waffen bis dahin sollte ich sowieso wieder ein bisschen Geld haben weil jetzt haben wir ja noch 1600 und ich denke mal eine Waffe wird wieder so viel kosten so gehen wir erstmal hier ich glaube ich bin ich glaube dass ich sogar noch gar nicht hierhin muss Leute ich glaube allmählich dass ich eben nicht zu alles neu abtreiben muss und den Fahrer oder wer das ist hier suchen guck mal hier laufen die mir auch hinterher gehen wir erstmal da hinten hin weil ich glaube ich muss da hinten so und nicht wundern wenn ich hier komisch gerade ähm pausiere mit meinem Kommentator weil hier ist gerade jemand in die Wohnung gekommen ich weiß nicht ob das jetzt meine Freundin ist oder nicht ah ok das ist nur Gruppen bedenkt aber Peng ist alles so machen wir das so und du keine Ahnung greifst auch so an Geschosshage das greift alle an ja gut die zählen nicht zu viel ab das finde ich immer gut oh jetzt kommt wieder Unterstützung sorry so also noch die angreifen hier die halten glaube ich eh nicht viel aus so äh kann man mit leben aber man mag gut schaden mittlerweile so ich weiß jetzt natürlich auch wo der Fahrer oder was das jetzt ist äh auch ist müsste eben nicht hier drin sein okay creepy Melodie gehen wir hier mal rein es sieht nicht so aus als würde sich die Türen öffnen es gibt nicht mal ein Schlüsselloch ahhh shitty was war denn das weiß ich gar nicht mehr oh okay so viel dazu na shit ich wollte gerade nach unten ausweichen hat nicht geklappt leer Peng Angriff Angriff äh okay okay magischen Schutzfall was hat das magische Abwehr jetzt erhöht oder was wir es nicht direkt schnell lesen können so ich denke es reicht wenn ich die einfach so angreife weil Magier halten ja in der Regel nichts aus ich sehe es macht trotzdem noch gut Schaden hier aber krass wie viel ähm Lebenspunkte Kit hat ne über 100 hat er mittlerweile ja ja jetzt ist mir egal wenn du jeden davon betrisst so das war numero uno das war numero keine Ahnung wie zwei gerade auf spanisch heißt ich hab nie spanisch gehabt starke nein so hier wird es gerade dunkel ne uuuu na ich hab die kleinen Schleime wollen mich ne angreifen ach scheiße okay den sollte ich schnell gekillt kriegen und bam ich dachte schon dass er bei Doki also bei mir äh drauf geht aber naja immerhin kriegen wir hier Geld Money 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 so jetzt muss ich gucken wie ich den Schlüssel bekomme hier ist hier nochmal rein in die alles neu Abteil dann schauen wir mal ob wir da nochmal irgendwen ansprechen können der mir einen Schlüssel dafür gibt weil der war definitiv da drinnen wenn ich mich jetzt nicht irre also hier brauche ich jetzt gar nicht einquatschen ihr sucht mal einen Schimmern im Frucht sagt ihr nun in der Tat hat Ablucius eine solche Frucht von jemandem bekommen der seine Berufung ändern wollte dieser Besucher müsste sich noch in der Abtei aufhalten wenn ihr die Leute hier fragt findet ihr ihn vielleicht okay ähm der müsste denn unten sein weil die wollen ja noch ihre Berufung ändern und hier hatten sie ja schon glaube ich er war es glaube ich ne was denn kann ich euch irgendwie helfen ja hab ich eine Schimmern in der Frucht gesehen habe ja und ich hab sie dem abgegeben hab sie auf dem Weg hierher gefunden ich hatte gehört der Abt sei verrückter Früchten und wollte seine Gunst gewinnen weiß nicht was er dann damit gemacht hat hab nur gesehen wie er danach mit der Bedienung in der Schenke gesprochen hat okay Bedienung in der Schenke hm eine Schimmern in der Frucht also ich versuche mich ja gerne an ungewöhnlichen Zutaten aber so etwas habe ich nicht ich würde mal die Bedienstete da drüben fragen die versteht sich auf Süßes wenn ihr wisst was ich meine wie bitte eine Schimmern in der Frucht aber ja so eine hatte der Abneuerlich beim Mittagessen dabei bei Früchten ist er nämlich sehr eigen müsst ihr wissen er mag Früchte zum Nachttisch also habe ich sie ihm geschält und nach dem Hauptgang serviert er erzählte mir er hätte sie von einem Mann bekommen der seine Berufung ernennen und Kampfkünstler werden wollte okay ja und weiter warte mal habe ich jetzt irgendwas überlesen? ähm von einem Mann bekommen der seine Berufung ernennen und Kampfkünstler werden wollte ja und das war er hier ähm das habe ich ja schon pfff das laufe ich im Kreis oder ist nicht er der Kampfkünstler oder haben wir jetzt noch irgendwen anders der Kampfkünstler werden wollte ne ne das war ja er ich bin eigentlich hergekommen um das Settler da sein auszugeben aber die Leute wollen ständig mein Sortiment sehen ihr seid doch bestimmt auch interessiert oder? nur gut dass ich meine Waren dabei habe seid willkommen wer der Kunde womit könnte ich euch heute dienen? hat er überhaupt was was ich brauchen könnte? ja hier hat er auch Eisenhelm und sowas oh hier hat er sogar noch Eisenklinischützer sogar besser als meine Baderose die ich aktuell anhabe aber um ein würde ich das auch nicht erhöhen aber hier habe ich noch ein Schwert das ich Kit geben könnte dann hätte er noch einen höheren Angriff was soll ich machen? Eisenschild habe ich aktuell ja ich gebe einfach mal noch mein Eisenbreitschwert Kit damit er hier noch mal extra Schaden austeilt so das war es ja ich habe schon wieder die gesamte Abteilung wieder keine Spur vom Abteilung was verfeinigt er ist ja nur hin könnt ihr eher vielleicht ein wenig nach ihm suchen die Frage ist wo? fein so mal das Verbeugung geben Moment erste Zielpersonen ausrichten dann den Oberkörper im 45 Grad Winkel absenken oh da war noch was erst muss man über Gesten zuweisen eine Richtung die Geste Verbeugung zuweisen dann den Bildklopf gedrückt halten und auf dem Steuerkurs die zugewiesene Richtung drücken oh Allmächtiger was hat das alles bloß zu bedeuten? oh tut mir leid hab ich gar nicht gemerkt wollt meine Verbeugung geben bevor ihr habt Lust zu treffen ich wollte meine Verbeugung üben bevor ich Abduzios treffe so rum die Betonung macht so einiges aus beim Vorlesen hm ich lese mir das nochmal Bier bitte ein Schimmel in der Frucht aber ja so eine hatte der Abneudig beim Mittagessen dabei bei Früchten ist er nämlich sehr eigen müsst ihr wissen er mag Früchte zum Nachtisch also habe ich sie ihm geschickt und nach dem Hauptgang serviert er erzählte mir er hätte sie von einem Mann bekommen der seine Berufung ändern ein Kampfkünstler werden wollte ja also hat er die Frucht gegessen jetzt habe ich es hier alle gefragt das passt ah gut hätte mich gewundert wenn hier jetzt nichts passieren würde tja hier ist die fette was hier ist der fette Flugführer auch nicht wo ist er verflippt nochmal hin oh Moment mal ich glaube das ist was das bis vor kurzem noch eine der Früchte hinter denen du her bis hier war irgendwie habe ich auch das Gefühl dass unsere Luzi Spezi sie verspeist hat du solltest diesen wichtig aussehenden Typen wiederfinden und danach fragen und dann schnappst du dir den ab ok oh jetzt haben sie sich hier sogar alle aufgeteilt ah ihr seid es was seid ihr sicher der Abt hat die Abtei verlassen nachdem er diese Frucht gegessen hat verstehe sie birgt mysteriöse Kräfte nicht wahr tja natürlich Fortbildung der Legende nach wurden dort einst malz die Riten des Neubögens abgehalten aber jetzt werden wir das nur noch so vermonstern unter normalen Umständen würde sich Abtei Luzius niemals an einem solchen Ort an einen solch gefährlichen Ort wagen aber nun wenn ihm diese Frucht tatsächlich besondere Kräfte verliehen haben sollte hat er sich vielleicht dazu hinreißen lassen oh je und die Betonung war wieder von Arsch oh je ich weiß nicht wen ich sonst fragen soll könnt ihr die Fort aufsuchen und Abtei Luzius zurückbringen wir wir Männer des Glaubens haben nicht die Gabe gegen Mozart kämpfen zu können ich bitte dringend um eure Hilfe natürlich oh ich danke euch aber bevor ihr geht werde ich euch noch mit dem Geheimweg in das Fort erzählen ihr müsst euch vor dem Eingang stellen und verbeugen einmal genügt ich werde euch ich werde es euch zeigen ich dachte ich hab das äh Verbeugen schon gelernt naja ja ok dann würde ich sagen dass wir nächste Folge auf jeden Fall da hinlaufen und den ab zurückholen und würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis darin Tschüüüüüü!